Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es um ein Thema, was mir besonders wichtig ist und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Und das sind die ganzen 200er Bosse, die Level 200er Bosse. Habt ihr vielleicht mitbekommen, mit Season 4 hat jeder Boss eine neue Form mit dazu bekommen, die man herausfordern kann. Und diese Bosse sind extrem viel schwieriger als die normalen Bosse. Und ich bin heute im Stream Level 100 gekommen, hab Tyrael's Macht gehabt, hatte gedacht, dass mein Bild eigentlich ziemlich gut ist. Tyrael's Macht, schon hochgelevelt, hab 76% Widerstände, mache Millionen an Schaden mit dem Tornado Druiden. Den Bild hab ich euch gestern gezeigt, wenn ihr den abchecken wollt, dann das Video von gestern nochmal reinziehen. Und hab gedacht, okay, ich glaube, ich bin ready für Gregor Level 200 und hab den ausprobiert. Und was da passiert ist, einmal hier ein kleiner Zusammenschnitt. Blitzwiderstand auf 82,5, beschwören. Alter, ich mach grad gar keinen Schaden. Guck dir an, wie viel Leben der hat. Wie soll man die schaffen, Digga? Das ist der S-Tier-Tornado-Bild. Ich komm mal nicht mal zu der ersten, äh, äh, Möglichkeit, wo ich wieder Leben bekomme. Das lohnt sich ja auch nicht. Du brauchst ja 5000 Jahre für den. Da hab ich den aber so easy schon 5 Mal geklatscht. Da kannst du hin, wenn du alles vollendet hast und alles auf den Perfekt, 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 Perfekt hast. Für diejenigen, die es nicht wissen, hier am Altar kann man jetzt nach rechts klicken und dann mit stygischen Stein, stygischer Stein und mit lebenden Stahl, wie ihr das bekommt, erkläre ich euch gleich, ähm, eine erhöhte, eine stärkere Bossform herausfordern. Und ich will euch einfach mal den Vergleich zeigen zum normalen Gregor mit dem gleichen Bild, äh, die gleiche Waffe. Ich hab ein, zwei Level höher, ein neues Amulett, aber es ist nicht der Rede wert. Und ihr versgleicht einfach mal, was für einen krassen, äh, Unterschied das, äh, an Boss ist. Und ihr seht schon, das war Gregor. Zwei Sekunden, drei Sekunden, wenn es hochkommt. Und mein Problem damit ist, ich will nicht, dass so ein 200er Boss jetzt im Vorbeigehen, äh, down gemacht wird und, äh, extrem einfach ist. Aber ich hab hier schon einen extremen Bild, einer der besten Bild überhaupt im Spiel auf einem sehr hohen und sehr vernünftigen Level. Ich mache Grube Stufe 61, äh, ohne, also nicht ohne Problem, aber hab ich geschafft. Und, äh, ich frage mich, wie überhaupt irgendjemand von euch die Level 200er schaffen soll. Also, wenn man nicht komplett das perfekte Gear hat, den perfekten Bild, ich weiß nicht, wie ein Magier oder ein Barbar den besiegen soll, um ehrlich zu sein. Also, wenn man nicht die perfekten Items hat, die perfekt vollendet sind mit einem perfekten Affixen und auch noch ein richtig guter Spieler ist, frage ich mich, wie man diese Endbosse auf Level 200 überhaupt schaffen soll. Es wird die einen oder anderen geben und ich weiß, ihr werdet in die Kommentare schreiben, weil ihr das unbedingt mitteilen müsst. Aber ich weiß, dass es natürlich von 100 Leuten ein, zwei Leute gibt, die das natürlich schon geschafft haben und auch schaffen werden. Aber 98% der Leute frage ich mich, wie sollen wir, und ich schließe mich damit ein, die Level 200er Bosse überhaupt jemals besiegen. Ich bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Tagen bei mir noch wird, ob das mit einer neuen Waffe mit 925 Gegenstands macht und perfekten Affixen und auf Level 12 und den anderen Items mit Greater Affixen dann funktioniert. Deathmäßig habe ich schon das Gefühl, dass ich da gut klarkomme, aber gerade Schaden, obwohl ich einen Tornado-Bild spiele, der schon wirklich viel Schaden macht, ich muss meinen Schaden ungefähr mal 3 machen oder so, um hier eine Chance zu haben. Den Stygischen Stone, den bekommt ihr in der Grube ab Level 61, also auch erst, wenn ihr die Grube auf 61 geschafft habt. Grubenzugriff bekommt ihr erst, wenn ihr eine Nightmare Dungeon Stufe 45 plus geschafft habt, also ein 46er. Dann habt ihr Zugriff auf die Grube und dort müsst ihr auf Stufe 61 spielen, dann sind die Gegner auf Level 160 und das ist wirklich sehr schwer. Ich habe es heute mit Ach und Krach geschafft und ansonsten gibt es noch in der Wolfsehre ganz am Ende 5 Steine, das heißt, wenn ihr hier einmal durch seid, gibt es 5 Steine oder auch ab und zu von dem Weltenboss. Das heißt, auf jeden Fall jeden Weltenboss immer mitnehmen, um diese Steine schon mal zu bekommen, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie wir das Ganze bewerkstelligen sollen und schaffen sollen. Ich bin da aktuell ein bisschen ratlos, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, habt ihr schon Level 200er Boss besiegt und wenn ja, mit welchem Build und vor allen Dingen, habt ihr irgendwelche Tipps, die man da befolgen kann oder sollte? Ich habe in der Community jemanden mit einem Necro-Build, dessen Golem 50 bis 100 Millionen macht. Beim Necro sehe ich da nicht so die Schwierigkeit, aber alle anderen Klassen sehr schwierig, wie wir diese 200er Bosse besiegen sollen. Grubenstufe 61 würde ich schon eher sagen, dass das möglich ist für alle Spieler, um dann die Vollendung auf Level 12 zu bekommen, aber die Level 200er, gerade Duriel und Nadariel, keine Ahnung, wie das möglich sein soll. Wenn ihr in Zukunft nichts von Diablo 4 verpassen wollt, würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf diesem Video und sagen bis zum nächsten Mal Leute, haut rein!